Was machen denn deine Eltern beruflich? Papa putzt und meine Mama geht dann zum Kindergarten und arbeitet da. Wo putzt der denn? Überall in den Häusern. In den Häusern? Aber bei uns putzt der fast nie. Was macht denn Mama beruflich? Hier ist jetzt ein Schwein. Und das will nicht so geschnitten werden. Das macht Mama so. Was macht denn die Mama beruflich? Die hat Essen geliefert. Essen geliefert? Zu alten Leuten. Ah, Essen auf Rädern? Nein. Essen in einem Karton. Deine Mutter hackt dem Schwein den Kopf ab? Ja. Erst mal den Kopf ab und dann die Beine. Wo arbeitet deine Mutter genau? Auf dem Flachthof. Wer arbeitet denn besser? Mama oder Papa? Mama. Mama arbeitet besser? Wegen Papa hat jetzt schon kein Geld mehr. Wer verdient denn mehr Geld? Frauen oder Männer? Ähm, Männer. Männer. Und warum? Irgendwie sind sie schlauer. Weißt du, dass Frauen weniger verdienen als Männer? Warum ist das so? Weil Frauen haben manchmal andere Termine. Ja. Was hat niemand mal für Termine? Der hat ihren Tag. Der hat ihren Tag. Sind Frauen besser als Männer oder sind Männer besser als Frauen? Männer besser als Frauen. Ja. Findest du das ist ein Problem, dass Frauen nicht so schlau sind? Äh, ja. Warum? Frauen müssen schlau sein. Die müssen ja ein Auto fahren. Aber können sie nicht? Ne. Die wissen nur, wo die zum Weckes gehen. Ja. 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 stylist. Dritter.